er hat er hat er hat er hat er nicht aufnehmen ihr wichser ich schwöre es euch Oh shit, oh shit, Herz pochen, warum steht's denn nicht? Kein ist die los. Ah, Messer, Messer, Messer. Wow, wir haben jetzt Leben gerettet, TX300. Motherfucker. Das ist nicht mehr lustig. Oh, ne Witz. Ja, sowas ist traurig, ihr solltet weinen, ihr solltet euch schämen. Ich hab die beste Karte hier, Alter, ich hab keine Snipes. Ich hab keine Snipes für die beste Karte hier. Ich hab keine Snipes für die beste Karte hier mehr. Ich hab keine Snipes für die beste Karte hier mehr. Obwohl es sich verdient hat. KS, die los. Schade. Du Hohensohn! Das war mein Ambelieverbleplus, motherfucker sucker. Mach dich vom Acker, du F***er! Ja?! Schau! Ja, in die Fest... Oh, Mann! Skiller, der andauernd rumschreit. Hey, jetzt hab ich nur 13 HP, das heißt, für ein Messer bin ich... ...sofort ein Freakill. Eselständer! Mann, nächster Spipe! Jaaaa! Und kick den Jona, bitte! Der ist ja zu geil, der Quip. Ey, ich schwör's dir, wenn der mich killt, tot, tot! Ey, das ist so geil! Ich will jetzt wirklich mit dir spielen, Racer! Was? Ich will jetzt wirklich mit dir spielen. Ich bin grad am weinen, ey. Ja, da... Ich sag... Das ist zum Weinen! Du Bock! Komm her, komm her, komm her! Ey, der trägt den Handshot! Puh! Puh! Geht los, weg! Ab jetzt, jeder Killstealer ist sofort weg! Tschüss! Arrivederci! Bye-bye! Sayonara! Erik! Oh, nein! Time-out! 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 Du nimmst jetzt ne Time-out! Außerhalb des Spiels, du Bock! Oh Mann, ich kann nicht mehr! Du kannst dann nicht mehr, wenn ich... Ey, Erik, Erik, Erik! Scheiße! Anna Skopien wurde getötet, Skopien wurde getötet, ich höre die Hildmesser, sehe es aber nicht. Geht weg, geht weg! Ah, weg da, weg da! 3, 2... 1? Nein, überall Messer! Überall Messer! Du Hurenbock, du trägst Türke, das war bestimmt Türkentaktik, ich schwör! Türkentaktik! Messer! Türkentaktik! Das ist ein Türkentakt! Mit dem Messer geht das besser! Hahaha! Hör auf zu lachen, das ist nicht lustig! Missgeburt, ey, ich schwör's! Ich rass' geil so aus! TX! Ja, mit One-Shot! Oh, One-Shot! Oh, okay! Wie nice, wie nice! Ich bin der Gewinner, hier der Beweis, du bist ein Loser kriegst nie einen Preis! Du Bock, du Bock! Jetzt kick ich! Augen zu und wen hab' ich gekickt? Das geht's gut! Dr. Drie, Drie Hurenbock! Dr. Eselständer! Weg! Razer kommt! Das heißt, ihr wisst, ihr wisst, was das heißt? Ja, Junge! Alles heiß nicht! Okay, Pizzaboy! Du kannst jetzt Pizza liefern, du Missgeburt, du Verhurde! Alter, mit der M24 rass' ich besser aus, als manche mit der TPG1! Ja, und jetzt kann ich nicht mehr kicken! Erik, du Wichser, das ist deine Schuld! Hahaha! Das ist alles nur deine Schuld! Wie geil, Alter! Ich wollt' den einen Quickscopen, auf einmal in 22 Meter hinter dem ist einer! Und ich fäll' den! Cool! Ah, das ist gut, Alter! LOL! Messer! 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 Türken-Taktik-Arsch! Blödsack! Ja, komm! Ey, der hat mir mit dem Messer ein Headshot gegeben! Was?